This activity is pretty much the same as the one before, but we'll mix the prepositions up a little bit more. You'll still have a fair bit of time to think, and we're using easy nouns. So let's start. Ich setze den Hund auf den Boden. Das Poster hängt an der Wand. Sie stellen die Vase neben. Sie stellen die Vase neben das Sofa. Sie steckt die Handschuhe in. Sie steckt die Handschuhe in die Jackentasche. Ich hänge die Schlüssel an. Ich hänge die Schlüssel ans Brett. Sie steckt die Papiere unter. Sie steckt die Papiere unter die Bücher. Sie stellen die Drei. Sie stellen die Hand. Sie stellen die Nähe des Drei. Sie stellen die Passagier. Untertitelung des ZDF, 2020